Das ist auffällig. Das ist Gustavo. Und da macht es Roms. 3 zu 1. Hier ist was los. Luis Gustavo. Oktoberfest beginnt doch eigentlich erst Ende September. Dann werden die Schießbuden aufgebaut. Ein Wahnsinns-Tor aus 28 Metern. Da haben 20 Minuten zuvor noch ein paar Zentimeter gefehlt. Aber jetzt passt er genau. Ulreich ist machtlos. Auch hier der Schuss mit annähernd 100 Geimer. Die Wackelkandidaten setzen die Akzente. Luis Gustavo.